Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Make-Up-Rocker und herzlich willkommen hier zum Podcast. Jetzt wird's bunt. Hier geht es rund um das Thema Beauty, Make-Up und Freischnauze. Alles, was das Thema im Beauty-Bereich betrifft, Marketing, Business und so weiter. Wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert meinen Podcast. Volumen wünsche ich euch viel Spaß. Rock the Make-Up! Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema Facebook-Seite oder Gruppen. Viele sagen zum Beispiel gerade zum Make-Up-Bereich, ich habe jetzt auch nicht viel, ein bisschen mehr als 5000. Das sagen immer viele, wenn es darum geht, mit irgendeiner Werbung oder etwas werben. Naja, du hast ja schon so viele Follower. Was ich persönlich jetzt nicht finde, ist es relativ wenig. Aber was ich festgestellt habe, dass Follower scheißegal sind. Es ist völlig egal, ob du 100 hast, 1000, 5000, 50 oder 100.000. Spielt überhaupt keine Rolle. Denn was bringen dir Follower, die dir einfach nur so folgen. Aber du möchtest ja, wenn du selbstständig bist, möchtest du ja auch Geld verdienen. Also mit den Followern oder wie auch immer. Das ist ja so das Ziel. Ja, du gibst quasi Gratis-Content, gibst Tipps und Tricks etc., Business-Make-Up und so weiter. Und irgendwann, wenn du mal was Eigenes hast oder wenn du mal etwas verkaufen möchtest, wie auch immer, dann möchtest du das natürlich auch gerne da anbieten. So, und wenn du jetzt aber natürlich Follower hast, keine Ahnung, wie viele tausend, die dir aber einfach nur folgen, weil sie halt einfach nur konsumieren möchten, aber die absolut nicht bereit sind, Geld auszugeben, dann bringt dir natürlich diese ganze Reichweite, was du hast, überhaupt nichts. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Gruppen wesentlich besser sind. Und es macht vor allem viel mehr Spaß. Also mein Fokus liegt zu Minimum 70% auf Gruppen und nur so 30%, 30, 40% auf Seiten. So, jetzt, genau. Weil halt zum Beispiel jetzt gerade in Gruppen hat man ganz großen Vorteil, dass man ja eine Gruppe ganz gezielt eröffnet. Ja, wie zum Beispiel meine Gruppe Make-Up als Business. Das heißt, da drin geht es nur um Business. Da werden keine Make-Up-Tipps gegeben oder sonstiges, sondern es geht nur ums Business. Also jeder, der in die Gruppe reinkommt, hat natürlich auch Interesse im Bereich Business. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal vielleicht einen Videokurs rausbringen sollte über den Bereich Business, dann habe ich natürlich meine perfekte Zielgruppe schon in dieser Gruppe drin. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass vielleicht der Videokurs gekauft wird, als wie wenn ich das auf meiner Seite poste, wo Huns und Kuns drin sind, wo auch Freunde drin sind, die sich zwar für mich interessieren, aber natürlich die gar nicht aus der Materie kommen. Und darum sind Gruppen viel, viel besser. Natürlich müsst ihr immer dran denken. Ja, also erstmal müsst ihr sehr viel geben, damit ihr auch später nehmen dürft. Und das verwechseln auch viele. Also viele wollen immer nur gleich und geben aber nichts. Und darum ist immer ganz erstmal wichtig, baut eine persönliche Ebene auf, eine persönliche Bindung. Schaut, dass immer Action ist zum Beispiel in den Gruppen. Und dann wird auch bestimmt der eine oder andere dann auch bereit sein, auch mal etwas in dich zu investieren. Und das Schöne ist zum Beispiel, dass du halt Gruppen eröffnen kannst in sämtliche Richtungen. Wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ja, mein Spezialgebiet ist zum Beispiel, ja, permanent Make-up ist schon zu allgemein. Spezialgebiet ist irgendwie Akne-Behandlung. So, dann mache ich halt eine Gruppe auf, speziell für Akne-Behandlung. Wenn du zum Beispiel Produkte hast, die du online verkaufen könntest, machst deine Gruppe auf, gibst immer kostenlose Tipps und ab und zu kannst auch mal dann dein spezielles Produkt anbieten. Aber du hast auf jeden Fall schon die Leute drin, die sich dafür interessieren. Und auf einer Seite kann ja jeder die Seite liken, wo er Bock hat. Also das ist ja nichts Spezifisches. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, ich finde Gruppen viel, viel besser. Da auch natürlich alle Leute in der Gruppe auch posten können, was natürlich auf einer Seite nicht der Fall ist. Also kann, ist auch eine viel größere Interaktion mit drin. Durch das, dass, also ihr müsst ja, natürlich ist es euch selber überlassen, ob ihr die Postings freilasst oder nicht. Ich lasse auch nicht alles zu. Denn meine Gruppe zum Beispiel, das sehe ich nicht ein, dass Leute da einfach nur was reinposten, um Werbung zu machen, ohne dass die auch nur einen Tipp gegeben haben. Also da achte ich schon auch drauf, weil auf meiner Seite soll es ganz stark nach Geben und Nehmen sein. Und wenn da jemand, wenn von jemand überhaupt nichts kommt und auf einmal aber irgendwas posten möchte, wo er was verkaufen will, dann, ja, kriegt er diesen Post nicht öffentlich bei mir. Weil, ja, einfach Geben und Nehmen. Aber das ist natürlich auch der Vorteil, dass du halt selber bestimmen kannst, auf einer, in einer Gruppe, welche Beiträge lässt du zu und welche nicht. Aber es ist halt eine viel größere Interaktion mit drin. Und das sorgt natürlich auch für mehr Reichweite. Und die Kunden finden dich. Nicht du musst die Kunden finden, sondern die Kunden finden dich. Weil sie geben ja bestimmt irgendwie, wenn sie was suchen, etwas in der Suchleiste ein bei Facebook. Und wenn sie dann sehen, ja, zum Beispiel nochmal dieses Make-A-Business. Ah, okay, Business interessiert mich, also gehe ich da rein. Und dann hast du schon potenzielle Kunden. Und das Gleiche kannst du wirklich mit allem machen, ja. Du kannst wirklich in Nischen reingehen, Nischengruppen aufmachen. Im Bereich Make-Up habe ich auch schon öfters auf meinem Hörbuch zum Beispiel auch erklärt, dass du nicht mit dem großen Schwarm schwimmen sollst, sondern einfach in eine kleine Nische rein musst. Make-Up für Schwangere, Make-Up für reife Damen, und Make-Up für Sportlerinnen und, und, und. Da Gruppen eröffnen, in Nischen reingehen und deine potenziellen Kunden einfach dir suchen. Und was natürlich auch gut ist zum Beispiel, eröffne doch auch zum Beispiel für dein Studio eine Gruppe. Also weil auch in einem Studio kann eine viel größere Interaktion sein, als wie eben auf einer Seite. Also die Reichweite ist wesentlich größer, wenn du in einer Gruppe etwas postest, als wie auf der Seite. Auf der, wenn du eine Seite hast, dann musst du in der heutigen Zeit schon wahnsinnig viel darauf achten, dass du sehr oft postest, ja. Denn jeder, der deine Seite geliked hat, hat ja auch noch zig andere Seiten geliked. Und je nachdem, wie aktiv die anderen Seiten sind, fällt deine immer mehr in den Hintergrund, wenn du zu wenig machst. Und irgendwann sieht man eben gar nichts mehr. Und das ist bei Gruppen halt anders, ja. Also wenn du in einer Gruppe etwas postest, dann wird der Beitrag halt eher gesehen. Darum ist eigentlich auch eine gute Variante, mach für dein Geschäft, für dein Studio eben nicht nur eine Facebook-Fan-Seite auf, sondern switch vielleicht mal ein bisschen über und geh hin, dass du eine Gruppe eröffnest für dein Studio. Weil wenn du da dann nämlich etwas postest, dass du jetzt irgendwie ein neues Angebot hast oder wie auch immer, dann sehen es die Leute auf jeden Fall, ja, wesentlich eher als wie auf einer Seite. So. Ja, das war meine persönliche Meinung. Ja, also im Bereich auf, soll ich eine Gruppe oder eine Seite machen. Ich kann dir sagen, ich bin ein absoluter Fan von Gruppen, weil es eine viel größere Interaktion ist. Es macht viel mehr Spaß. Der Austausch, die Leute können mitmachen und, und, und. Und, und, äh, wie gesagt, also egal was, du musst immer erst mal geben. Also nicht irgendwie einfach ein Angebot reinhauen irgendwo auf deine Seite oder auf deine Gruppe, ähm, sondern, äh, immer erst mal Tipps geben und, und, und. Dann kannst du auch später mal anfangen, vielleicht etwas, äh, zu nehmen, indem du eben, äh, Angebote reinmachst, wo sie etwas kaufen können. Aber Gruppe finde ich persönlich besser. In dem Fall wünsche dir mal einen, äh, wunderschönen Tag. Rock the Makeup und, äh, wir hören uns dann beim nächsten Podcast.